Wenn ich aber was anschlüsse, dann geht es nicht mehr. Was kann da sein? Na ja, weil... Es ist ein Strom da. Aber wenn ich dann was richtig rausdecke, eine Kaffeemaschine oder irgend so was, dann macht es nichts. Dann ist nichts. Los. Nein, ein Stück. Ja, da sind eh zwei. Da sind eh zwei. Nein, eh nicht. Eins leicht. Also, ich fuhre mit alle zwei. Eine und eins leicht. Und das leicht dann auch. Ja, da sind zwei Stücke zum einen Stücken. Nein, das ist eben, das ist nur auch so ein Stief. Das ist so ähnlich wie der Schraubenzieher. Aber nur... Ja, da kann man mit alle zwei reinfallen. Weißt? Und wenn ich mit dem zweiten dann dazufall, dann läuft der Fanz leicht. Weißt? Aber wenn ich dann Stickdosen rein gebe, also wenn ich was reinstecke, wo ich einen Strom brauche, dann geht das dumm nicht. Ja, gut. Ja, das ist 21. Ja, das ist irgendwo... Ja, das ist bei mir eine Sache. Weißt du, ob ich... ...und die... ...und die Buster.